Ich möchte euch noch ein paar Features zeigen, die es hier hat. Zuerst ist der Dolly. Das ist der Dolly. Da kann man das Kamerastativ draufstellen. So, da. Bei dem ist die Fenster leider ein wenig ausgeliefert. Also, man könnte hier nicht mehr wirklich sichern. Also, ein bisschen aufpassen. Man kann hier vorne... Oh, Entschuldigung. Ich bin übrigens für den Flips. Man kann hier vorne arretieren, zum Fahren. Wunder, wunderschön. Jetzt hier zur Kiste, die man ausleihen kann. So. Komm auf. Auf. Skritte. Skritte. Schlüssel. Wegmachen. Skritte. Dann hier, hier, hier wieder drauf. Und man hat Skritte dran. Hier hat es irgendwo... Hier hat es so einen... wo normalerweise G drin sind, so einen Sack. Dort hat es so Rohr drin. Und die Rohr sind dann... Äh... Äh... Ja, sorry. Ein Fahrtbänderdruck. 10 Meter kann man sich eine Bahn machen. Mit dem Dodi so im Wald zum Beispiel. Wo der Untergrund nicht schön ist. Jetzt fahren wir. Ja, das wieder rein. Ganz schnell. Immer schön aufrufen. Jetzt kommt zu. 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 Und dann rein. Zu. Wenn ihr mal etwas basteln wollt. Äh... Stativ. Äh... Steadicam. Oder sonst irgendetwas. Genial. Hier, der Kasten. Hat alles. Etwas von meinen Lieblingen. Ist das. Das ist ein Super-Clamp. Ein Super-Clamp. Der Super-Clamp geht überall hin. Kann man... Ich zeige jetzt hier zum Beispiel. Überall hin machen. Hört. Super. Dann. Ich habe hier vorbereitet. Das ist ein Spigott. Auf dieser Seite hier. Das ist das Gewinde für die Kamera von der P2. Oder auch hier für die Flips. Dieser hier ist für die grösseren Kameras. Wo man es hin anschrauben kann. Oder natürlich auch andere Geräte. Was man jetzt machen kann. Ich kann es hier aufschrauben. Ich kann den Spigott nehmen. So. Den Knopf drücken. Dann geht es rein. Es ist arretiert. Man kann die Rülle. Und kann es hier noch ganz befestigen. Wenn es das so dran ist. Kann man jetzt zum Beispiel die Kamera hier befestigen. Wow. Super Bild machen. Kann es überall hin machen. Ist genial. Natürlich. Gibt es noch mehr. Dieser hier. Das gleiche. Kamera hier hin. Hier zum Beispiel. Ich nehme den hier wieder raus. So. 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 So rein. Anzeigen. Irgendwo anmachen. So. 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 So rein. So rein. So. 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 Fühlt euch frei, äh, fragt aber zuerst den Roberto, was wir nutzen dürfen und hier könnt ihr, hey, super Sachen machen, hey, super, ja, in diesem Fall, danke, hat mich gefreut.